Das Blöde ist, ich habe keine Ahnung, an welchen der beiden Flüsse unser Tipi steht. Es müsste eigentlich dann... Boah, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es müsste ja dann trotzdem beim Linken stehen, weil... Keine Ahnung. Das verwirrt mich jetzt, aber ganz ehrlich, wir werden unser Tipi ja sowieso in der nächsten Aufnahmesession neu bauen müssen. Wieso... Steht da jetzt ein Stil, das gefällt mir nicht. Was brauche ich für ein Schild? Was brauche ich für ein Schild? Scheiße, ich brauche für ein Schild einen Stein. Wenn ich den Stein da abbau, dann sieht der mich. Oh Mann, 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 Mann. Ja, das ist ja in der Aufnahme gar nicht so gelaufen, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Ich hatte gehofft, ich würde viel, viel schneller zum Vultalkrater fielen. Okay, dann kann ich immer Glück haben, manchmal hat man auch Pech. Okay, der sieht mir nicht mehr. Da herrhe ich jetzt mal ein bisschen Gas geben hier. Boah, vielleicht bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, ey. Ich will nur überlegen, ob ich einen Cut machen soll oder... ...ob ich euch das Gelaufe weiter antun soll. Tun soll. So, wir müssen jetzt eigentlich... Moment, das bedeutet, aber ich bin eben die ganze Zeit da langgelaufen. Bin ich nicht so ein großes Boot gelaufen? Moment, das bedeutet, aber ich bin eben die ganze Zeit da langgelaufen. Bin ich nicht so ein großes Boot gelaufen? Kann ich mir ja nicht vorstellen. Guten Tag, Herr Gallinus. Wollen wir ein kleines Bad nehmen? Oh, ist ja da nicht klein. Stig, wir machen ab, ja. Ja, pisse dich, Junge, da schieß dich ab. Ja, das Navigieren ist hier noch ein bisschen blöde. Es wäre einfacher, wenn die Gebäude, die man baut, gespeichert würden. Dann könnte ich mir einfach hier und da einen großen Toter hinsetzen und dann passt das. Oh, komm, Sprinter, du Sau. Sprinter. Aber wieso geht das jetzt so lange gerade aus? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir wieder absolut nicht. Ich gucke gerade weiter ein bisschen auf die Map. Was mache ich jetzt? Wie viel Schuss? Da war ich auf jeden Fall noch fünf Schuss. Hinter einem, die ging es auch ja spawnen. Krass. Krass. Das ist echt kacke, dass ich nicht 100% sicher bin, wo ich gerade bin. Das ist echt kacke. Da ist die. Siehst du mich? Das hier auch so viele Bäume stehen, macht mich auch ein bisschen... Also eigentlich... Also eigentlich müsste hier gleich ein Gebiet kommen, wo quasi nichts steht. Wegen dem Einschlagskrater. Aber das kommt nicht. Ohne Spaß. Ich habe die Karte von der offiziellen Homepage, wenn die nicht stimmt. Okay, ich mache mal kurz einen klitzekleinen Cut, bis es eine große Neuigkeit gibt. Bis sofort. Ich laufe jetzt nämlich einfach nur ein Stück. Bis gleich.